Hallo, das da ist mein Rettungsring für die finanzielle Sicherheit im Urlaub. Denn genauso gut wie ich meinen Koffer packe, sollte auch mein Urlaubsportemonnaie gepackt sein. Ich fliege nochmal in die warme Sonne nach Florida jetzt in den Herbstferien und ich nehme mit eine Girocard, eine Kreditkarte. Damit kann ich fast überall auf der Welt bezahlen und kriege Geld am Geldautomaten. Aus dem letzten Urlaub habe ich noch ein paar Dollar, die packe ich auch ein. Den Rest ziehe ich mir vor Ort am Geldautomaten. Das ist unter Umständen günstiger, als wenn ich es hier in Deutschland tausche, vor dem Urlaub. Meine Bank ist informiert, dass ich in die USA fliege und die hat mein Auslandslimit freigeschaltet. Zusätzlich habe ich meine Kartendaten, meine Sperrnotrufnummern separat aufgeschrieben, falls ich bestohlen werde. Kann ja immer passieren. Und jetzt, ganz wichtig, Sonnenbrille nicht vergessen. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020